Seit knapp einem halben Jahr haben wir jetzt unser Lego Museum und den Shop offen. Es gibt aber im Regelbetrieb doch noch ein paar Sachen, die mich echt stören und die wollen wir in diesem Video optimieren. Ich erkläre euch natürlich auch immer, warum das so ist und was das bringt. Also ganz viel Spaß. So, und das ist hier die Ausgangslage, wie es aktuell aussieht. Ich zeige euch mal kurz die Nachteile auf. Einerseits hier vorne diese kleine Vitrine, da habe ich ein bisschen höherpreisige Minifiguren drin. Die sind halt alle locker. Die sind schon ein paar Mal fast umgefallen. Das müssen wir irgendwie besser hinkriegen, dass wir vor allem auch mehr Minifiguren, die ein bisschen seltener sind, irgendwo hinstellen können. Hier auch diese Ecke, da bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden. Gleiches gilt für das Poster, dass ich das hier so schäf aufgehangen habe. Uiuiui. Hier in dieser Ecke vom Tresen habe ich noch ein paar Sets stehen. Das sieht einerseits ganz schön aus, wie ich finde, weil das so linear da nach oben geht. Hier ist auch noch der sprechende Hut, den setze ich dann immer Kindern auf, wenn die gerne wissen wollen, in welchem Haus sie sind. Jetzt ist er irgendwie kaputt. Aber hier hinter habe ich auch oft Zeug liegen und wenn dann einzelne Sets verkauft wird oder jemand das wieder reinschiebt, kann es natürlich auch passieren, dass hier hinten was runterfällt in diese riesige Ohrenordnung. Die muss natürlich auch wesentlich besser werden. Und mit der Kassenecke hier bin ich auch nicht zufrieden. Das Teil schluckt so viel Platz, wenn das hier so schräg drauf steht. Genauso wie dieses Kartenlesegerät. Und dann versuche ich das immer hier so hässlich zu verbauen. Das geht auch nicht. Tja, und damit ging es direkt auch schon los. Ich habe erstmal den Tresen hier freigeräumt von dem ganzen kleinen Kram, der da noch drauf stand. Und dann haben wir uns unten aus dem Keller so eine Platte geholt. Die ist damals übrig geblieben, als wir den Tresen erweitert haben. Und kommt jetzt aber zu einem Einsatz. Da haben wir so Winkel dran gemacht und diese dann unter dem Tresen befestigt. Sieht erstmal unspektakulär aus, aber das ermöglicht uns endlich, dass wir die Kassenlade unter den Tresen stellen können. Und dass sie dann nicht so sperrig und quer oben drauf steht. Und damit haben wir jetzt oben Platz, um ein paar Baseplates auszulegen. Das sieht jetzt erstmal vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich habe mich dazu entschieden, den Bereich vom Tresen mit Lego zu bauen. Passt natürlich irgendwie zu einem Lego-Laden, aber hat auch einige Vorteile. Ich werde dann nämlich solche Fächer einbauen, wo dann die Minifiguren genau reinpassen. Und auch Foilpacks. Jedenfalls ist so mein Plan gewesen. Direkt angefangen hier die ersten Fächer aufzuzeichnen. Habe immer genau abgemessen, ob das mit der Größe alles passt von den Minifiguren. Tja, und da passen die neuen Pappboxen von den Minifiguren dann eigentlich auch schon ganz gut herein. Das ist natürlich ein Vorteil von diesen neuen Boxen. Und anschließend habe ich mit diesen Teilen auch noch so eine kleine Umrahmung hereingebaut. So, dass es an den Ecken ein bisschen höher gezogen wurde und auch hinten. Links daneben habe ich noch eine weitere Schublade gebaut, beziehungsweise ein Fach, wie man sagen würde. Da können jetzt dann auch die Foilpacks herein. Die sind meistens an den Magazinen dran. Die hatten wir vorher in so einem eigenen Wühltisch an der Seite. So sind diese kleinen Artikel dann halt alle an der Kasse, sodass man halt vielleicht sagt, ja, ich nehme nochmal eine mit. Und sie können natürlich auch nicht so leicht gemopst werden, was bei uns, glaube ich, jetzt noch nicht der Fall gewesen ist. Aber ich meine, die ganzen Supermärkte machen das alle so mit diesen Einzelsachen. Deshalb ist es, glaube ich, richtig. Die anderen Fächer mit den Minifiguren habe ich auch noch befüllt. Und damit beantwortet sich wohl auch die Frage, ob da auch die Plastikbeutel reinpassen. Ja, die passen auch rein. Sieht dann nicht ganz so ästhetisch aus wie mit den Papierdingern. Aber früher oder später wird es ja eh nur noch Papierdinger geben. Also ist es nicht so schlimm. Und für die Übergangsphase, finde ich, geht das noch vollkommen klar. Auf diese kleine Erhöhung kann ich auch noch einige Sets stellen. Zum Beispiel meine Figur-Battle-Packs oder diese Pflanzen-Sets. Die sind auch immer gefragt. Und deshalb habe ich die da direkt griffbereit. Von hinten habe ich dann mein iPad hingestellt. Das finde ich super schön, dass das da versteckt ist. Da kann man dann auch noch Sachen hinlegen wie Stifte, den Scanner oder Autogrammkarten. So, dass ich da schnell und einfach rankomme. Und ein paar Fliesen habe ich auch noch spendiert hier für den Abschluss. Damit die Steine auch nicht so schnell auseinander gehen, wenn man da jetzt mal herankommt. Und im nächsten Schritt habe ich dann unter dem Tresen erstmal raus- und aufgeräumt. Genauso wie die Regale dahinter. Da sammelt sich das Zeug einfach irgendwie immer so schnell. Parallel dazu habe ich mir auch noch eine Buchzusammenfassung angehört. Von dem Buch How to prepare a business plan. Damit wir mit dem Museum nicht so schnell pleite gehen, wie mit dem Bricklink-Shop. Ich habe mir die Kommentare zu Herzen genommen. Und diese Zusammenfassung ermöglicht mir natürlich, dass ich viele Informationen relativ schnell mir aneignen kann. Und diese sowie 6.600 weitere Kurzfassungen von Podcasts und Sachbüchern, die könnt ihr bei meinem heutigen Sponsor Blinkist finden. Ich denke, wir alle haben Lebensbereiche, wo wir unseren Wissensstand gerne ausbauen möchten. Und diese Kurzfassungen sind einfach genial, weil man sich da nicht das komplette Buch reinziehen muss. Was bei mir dann wieder eine zeitliche und Motivationsfrage ist. Dazu gibt es Blinkist auch noch in Form einer App. Dort findet ihr dann alles auch noch mal in Textformat zum Mitlesen angezeigt. Und eine neue Funktion, die sie jetzt eingebaut haben, das ist der Space-Bereich. Dort könnt ihr eure wichtigsten Blinks abspeichern und dann auch mit euren Freunden teilen. Meinen Space mit den Büchern, die ich mir gerne noch reinziehen möchte. Und auch den Link zur Anmeldung, den findet ihr unten in der Infobox. Vielen Dank an Blinkist für den Support bei diesem Video. Und inzwischen bin ich zum Glück fertig mit dem Aufräumen. Sieht ja schon unten viel, viel besser aus. Vielleicht immer noch nicht perfekt, aber für den Museumsalltag ausgelegt. Für ein weiteres kleineres Update habe ich mir solche Haken besorgt. Die gibt es im Baumarkt. Die haben hinten so einen Kleber dran. Die sind eigentlich fürs Bad gedacht, dass man da kleinere Handtücher dran macht. Hier benutzen wir die aber jetzt für was anderes. Und zwar für unsere Einzelteilboxen in der Mitte. Da kann man nämlich noch den Platz relativ geschickt nutzen, indem man dann hier an die Haken Baseplates dran hängt. Die hatten wir vorher hinten am ganz anderen Ende, in einem ganz anderen Bereich vom Shop. Ich muss sagen, hier finde ich, kommen sie aber doch noch mal etwas besser hervor. Gerade dann mit den Straßenplatten und von den anderen Seiten. Da haben wir dann auch noch die größeren grauen Platten bzw. die Duplo-Platte dran gehangen. So wirkt das nicht wie so ein weißes Etwas in der Mitte, sondern noch ein bisschen bunter, was an sich vom Design her vielleicht nicht ganz so elegant ist. Aber wir haben hier ja einen Spielzeugladen und da, finde ich, gehört sich das schon, dass halt irgendwo überall was Buntes ist zum Entdecken. Am unteren Bereich vom Tresen haben wir ja diese Minifigurenboxen, wo knapp 600 Minifiguren reinpassen, wo man sich die raussuchen kann, die man halt gerne haben möchte. Aber, hier seht ihr es in dem Shot vom Anfang, ich hatte da immer auch noch zwei oben auf dem Tisch stehen, wo dann etwas seltenere Figuren drin gewesen sind. Die sind ständig umgefallen und das war überhaupt nicht optimal. Deshalb haben wir jetzt diese Monster hier. Das sind riesige Plexiglas-Vitrinen, die speziell für Lego-Minifiguren gemacht wurden. Die habe ich hier auf dem Tisch platziert, auf der linken Ecke. Die sind fast schon ein bisschen zu groß, um ehrlich zu sein, aber da passen so viele Minifiguren rein und auch andere kleine Sachen, dass wir jetzt echt eine riesen Auswahl zur Verfügung haben. Von hinten kann man diese Baseplates reinmachen, das sind die 16x16 Platten und die dann auch entsprechend mit Einzelteilen bebauen. Ich habe dafür einfach diese kleinen 2x2 Slopes genommen. Da kann dann von vorne einerseits so ein kleines Preisschild drauf gemacht werden, dass man immer weiß, wie viel die Figur kostet. Und dahinter kann dann die Figur stehen, beziehungsweise noch dahinter können auch noch weitere Ersatzfiguren stehen, wenn ich jetzt mehrere von einer Art habe. Sodass ich dann einfach immer automatisch direkt die Figur nachgefüllt habe, wenn was gekauft wurde. Das ist jetzt fast mein Lieblingsbereich im kompletten Laden. Minifiguren sind für mich einfach das Wichtigste. Wenn man halt auch so ein bisschen exklusivere Figuren hat, freut mich das schon irgendwie. Natürlich kann man auch noch andere Sachen hier hereinstellen, wie zum Beispiel so eine Auswahl an verschiedenen Schildern, die wir noch da haben. Dann haben wir auch noch Lichtschwertpacks sowie Waffenpacks, dass man Figuren, die mit Statshooter geliefert wurden, auch mit regulären Blastern ausliefern kann. Und so kleinere Modelle, die passen da auch ganz gut oben noch rein und sind dann halt ein bisschen besser ausgestellt, als wenn die jetzt irgendwo einzeln rumstehen. Und ja, hier oben sind noch ein paar Etagen frei. Die werden sich auch noch ganz sicher füllen, aber aktuell habe ich noch nicht genug Figuren, weil das ja einfach so viel Platz hier drin ist. Kommt ganz bald. Tja, und das hier ist auch noch ein Neuzugang. Die Steine erkennt ihr vielleicht so halb aus dem Augenwinkel wieder. Das sind die Steine von drüben vom Bricklink-Shop. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir die in solche, naja, haushaltsüblicheren Mengen, je nachdem was für eine Teileart das ist, unterverpacken werden und dann hier einzeln anbieten. Ich denke, das ist eine coole Sache. Es sind zwar immer noch ein paar sehr wilde Teile dabei, wie hier diese Autounterbauböden, aber ich glaube, das ist ganz lustig, wenn jemand das kauft oder das hier, diese Pflanzenteile aus den Botanical-Sets, dann werde ich den auf jeden Fall fragen, was er damit anstellt. Oder hier, damit kann man 200 Speed Champions Autos bauen. Das sind solche Radabdeckungen, da kann man es sehen. Das wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern, aber so ist der Bricklink-Shop oder der Geist vom Bricklink-Shop hier noch vor Ort zu finden, oh Mann. Tja, und das, was ich in diesem Video eigentlich die ganze Zeit gemacht habe, aufräumen, das muss ich jetzt hier in der Mitte auch noch machen. Das sind Sachen, die waren vorher unter dem Tresen, haben aber da eigentlich keine Verwendung und auch keinen Mehrwert. Deshalb werde ich die jetzt ins Lager räumen oder halt zum Verkaufen. Hinten zum Beispiel der Kuntasch, der war auch gerade alle. Das war es soweit mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Sagt mir mal gerne Bescheid, ob ich noch mehr solcher Shop-Videos machen soll über die Strategie und über den Aufbau und welche Sachen gut laufen und welche nicht. Ich finde das total spannend. Könnte man ja auch so eine komplette Reihe draus machen. Danke fürs Zusehen und ciao, ciao.